Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Heute scheint die Sonne Rudi, wunderbares Wetter. Ja. Sollten wir eigentlich rausgehen, oder? Ja, machen wir jetzt mal zu und sagen Leute, geht raus, solange es noch schön ist. Genau, der Herbst macht wunderschöne Farben, wirklich wie aus dem Tuschekasten. Ganz hervorragend. Die Politik, eher einen traurigen Eindruck. Ja, die macht ja auch viel Farbe, also viel irgendwas Unterschiedliches, aber man weiß nicht, wozu das führt. Nee, also ich finde die Politik, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber wenig zielführend. Keine Strategie, weder bei der Außenpolitik noch bei der Innenpolitik. Haben wir ja schon in den letzten Tagen drüber geredet, wenn wir an Vorratsdaten denken, etc., pp. Ja. Und ja, genau, bei Daten schon gleich gar nicht. Da feiern die die Artificial Intelligence Act, haben aber inhaltlich überhaupt nicht verstanden, um was es dabei geht. Und kleine Ansätze sind drin, die positiv sind. Aber, ja, die nutzen das dann zur Rechtfertigung, dass man Gesichtserkennung nicht braucht. Was läuft jetzt? Naja, die Gesichtserkennung ist natürlich auch im Grunde genommen noch recht scheiße, weil, wie hat die Katharina Zweig, unsere KI-Pipstin in Kaiserslautern erstmal deutlich gemacht. Bei so vielen Gesichtern, wie da zusammenkommen, wäre allein in Deutschland sie ungefähr 4.000 Mal erkennbar. Also 4.000 Personen würde die KI sagen, das sei sie. Und das Ganze auf 99,9 oder was Prozent Genauigkeit eingestellt ist. Ja, sorry, das reicht natürlich nicht. Da haben natürlich Kritiker erst nochmal recht, die sagen, ich habe einen Verdächtigen und 2.000, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Die werden aber letztendlich auch verdächtigt. Da rasen dann die grünen oder jetzt blauen Autos hin. Nehmen sie erstmal hops und 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 und. Das kann natürlich nicht das Ende sein. Wenn es denn in der Form zuträfe, müssten wir drüber reden, bin ich bei dir. Aber es trifft ja nicht mal in der Form zu. Nein, natürlich nicht. Das ist einfach nur hohle Sprüche. Ich finde diese Strategie, Polizei, Quatsch, Politik lässt sich mal schnell beraten von den Firmen, die das können. Ziemlich blauäugig, weil die Firmen, die es können, die wissen, was sie wollen und genauso beraten. Ja, die wollen Geld verdienen. Ja, genau. Und genauso beraten sie die Politik, dass sie Geld verdienen wollen und liefern keine vernünftigen Konzepte an. Politik braucht eigene Strategien. Punkt. Und nicht nur taktisches Rumgenögel, weil wir haben ja bald wieder Wahl und wir müssen auch alle noch was anderes machen. Diese Kurzatmigkeit von Politik ist nicht mehr zu erdrehen. Ja. Also und die Klärung, die rechtliche Klärung von alledem, was wahrscheinlich nicht so koscher läuft, überlässt man den Menschen vor Ort. Also wenn jetzt Künstler klagen dagegen, dass ihre Werke ohne ihre Zustimmung verwendet werden, um KIs zu trainieren, dann ist das der richtige Weg. Ja, sie müssen es auch machen, aber die Politik hätte vorher verhindern müssen, dass das überhaupt passiert. D'accord. Bin ich vollkommen bei dir. Aber was hat sie nicht getan? Sie hat das ignoriert, hat gesagt, ach was, da sind doch alle Möglichkeiten im privatrechtlichen Bereich gegeben und was sollen wir uns drum kümmern? Wenn jetzt andere Künstler in Deutschland darüber, also eigentlich ist das ja der, wie heißt die, der Band derjenigen, die die Gebühren für Künstler, VBG glaube ich, ja, der Verwertungsgesellschaft. Wenn die jetzt klagt, dass irgendwer mit Drohnen über die Lande fliegt, wo Kunstwerke stehen und sie von oben fotografiert und es dann verkauft, ohne die Künstler gefragt zu haben. Sorry, da hätte vorher eine Regelung sein müssen. Ja, die Politik versteht halt von Technologie, Innovation, Technik nichts, schlicht und einfach gar nichts und die Beratung, die sich selber zuteil kommen lässt, ist nicht mal die von Beamten, sondern ist die von anderen Konzernen, von Google, Facebook, Amazon und Co. Statt sich selber mal eine eigene Strategie und ein Bild zu machen, fällt Politik davon einen Tag in den nächsten und macht mal irgendwas, genauso wie in der Innenpolitik. Da werden mal die Messer verboten, darum geht es doch gar nicht. Oder in der Außenpolitik, da dürfen die Sprickstraaten mal die Hälfte der Weltbevölkerung zusammentun und wir gucken zu und sagen, ja, wer weiß, passiert ja nichts, alles gut. Scheißdreck, entschuldige bitte. Ja, passiert nichts, wird es ja nicht sein, nicht? Nur dadurch, dass die sich zusammenschließen, man muss ja nur sich mal angucken, wer sich da zusammenschließt, ja, wird es doch nicht besser. Nur in Ablehnung westlichen Verhaltens, also und das ist immerhin die Basis für westliches Verhalten, sollte eigentlich aus der Aufklärung Menschenrechte und demokratische Werte sein, ja. Ja, dass der Westen sich da daneben benommen hat, all die Jahrhunderte, die letzten zwei, ja. Bei mir reicht es nicht. Unbenommen, unbenommen. Aber was soll denn besser kommen, nur weil die anderen sich... Mir reicht es nicht zu sagen, die anderen können es auch nicht. Also da wäre ich auch sehr vorsichtig, wenn die sich zusammentun und immerhin die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren, auch wenn es nicht die Hälfte des Weltbruttosozialprodukts ist, dann muss man die ernst nehmen, dann kann man nicht so tun, als wäre da nichts. Und die haben eine Strategie. Und wenn es nur die Strategie ist, den Westen klein zu machen... Ja, aber da kommt doch nichts größeres raus. Indem ich da, wenn ich einen Brass habe auf meinen Nachbarn, weil er ein größeres Auto hat und ich mache ihm sein Auto kaputt oder er entziehe ihm die Möglichkeiten, das Auto zu benutzen oder irgend sowas, wird es doch nicht besser für uns alle zusammen? Ja, also ich weiß nicht, ob du mit deinem Anspruch da nicht über das Ziel rausschießt und ob das nicht ein merkwürdiger Anspruch ist. Wo wird denn die Welt besser, wenn wir keine Strategie haben im Umgang mit der Ukraine, im Umgang mit Israel, im Umgang mit Nordkorea, im Umgang mit Iran? Wir lassen den Antonio Guterres mal wursteln. Der wurstelt da mal vor sich her. Ja, der macht irgendwas, der labert was da her. Über den Umweltschutz will ich gar nicht nachdenken. Was hat er denn jetzt wieder erreicht auf seiner Welt? Er hat die Welt von Kali nach Kazan, von Kazan nach New York und überall gibt es eine Kamera. Ja, die hüpfen von Kamera zu Kamera. Das ist die politische Leistung der politischen Klasse. Na klar, so kann ich da nur sagen. Nein, dass das nicht reicht, ist mir völlig klar. Und dass ich vielleicht auch zu hehre Ansprüche haben könnte, könnte auch sein. Aber was will ich denn, was wollen die Menschen dann eigentlich? Und was wollen die Menschen, diese 40 Prozent der Weltbevölkerung, die sich innerhalb dieser BRICS-Staaten befinden, was wollen denn die? Ja, aber Rudi, ich kläre doch gar nicht inhaltlich, was die in ihren Ländern vernünftiger oder unvernünftigerweise machen. Ich wäre froh, sie würden was Vernünftiges machen. Ob sie das tun, kann man da hingestellt sein lassen. Ich meine, Erdogan will da ja auch Mitglied werden. Ich will das gar nicht zu sehr werten, aber wir müssen uns mal über Strategien verständigen, wie wir als Europa mit dieser geostrategischen Lage umgehen. Dass wir nicht als Europa uns auf die Amerikaner verlassen können, dass wir nicht als Europa uns auf die Russen verlassen können. Wir machen keine eigenständige europäische Politik nirgends. Und wir haben die Politikfelder heute Morgen schon wieder alle benannt. Und da kommen noch einige dazu, wo ich nicht im Ansatz sehe, wo die Politik in Europa mal strategisch anfangen würde, sich aufzustellen. Da wird nur gewurschtelt. Ursula von der Leyen wurschtelt rum. Wir wurschteln doch alle rum. Solange wir im Westen mehr verbrauchen, als die Erde uns als Ressource nachliefert, solange haben wir eine Scheißstrategie, nämlich diese Strategie des Mehrverbrauchs, kann auf Dauer nicht funktionieren. Wenn aber die Bürger das gerne so wollen, müssen sie BRICS starten und so einen Machtblock, der sich da entwickelt, irgendwann hinnehmen, was dann auch bedeutet, dass es ihnen dann von außen genommen wird, was sie jetzt, was sie sich jetzt falsch verhalten. Ich kann natürlich dem Deutschen abverlangen, dass er neben dem Rundfunkbeitrag von, was weiß ich, 18 Euro something im Monat nochmal einen 50er draufzulegen hat, damit dieses Geld in die Urwälder geht, in die Meere zum Schutz von Tieren und der ganzen Umwelt. Das wird der Deutsche abnehmen. Man muss mal verstehen, dass nachhaltige Wirtschaft keine Wirtschaft ist, in der man weiter konsumieren kann bis zum Anschlag und wo man sozusagen die Natur als Gratis-Ressource verwenden kann. Die Zeiten sind vorbei. Das geht bei 11 Milliarden Menschen, die wir demnächst sind, auf diesem Raumschiff nicht. Da muss man mal über Kreislaufwirtschaft nachdenken. Da muss man mal über Strategien nachdenken, die ich in der Politik nicht sehe und wo ich auch niemanden sehe, der einen hätte. Da bin ich mal gespannt. Also ich finde jetzt interessant, diese Initiative von dem Matthias Miersch, diesem neuen Sozigeneralsekretär, der ja anscheinend, hoffe ich zumindest, entdeckt hat, dass die Mitglieder nicht nur nörgeln können, sondern dass sie vielleicht auch mitmachen können. Wobei, bei den Mitgliedern weiß ich nicht, die nörgeln viel lieber, die meckern viel lieber und es ist alles schlecht und der Olaf ist schlecht und die Regierung ist schlecht, anstatt dass sie immer konstruktiv mitarbeiten. Aber mitarbeiten heißt ja Zeitopfern. Wir haben jetzt rumgemeckert, ich habe für die letzte Veranstaltung Plakate entworfen und drucken lassen, Flyer entworfen, drucken lassen. Ich habe die Plakate selber aufgehängt, weil keiner sich wirklich gemeldet hat und gesagt hat, Rudi, gib mir mal fünf Stück, ich mache das in meinem Ortsteil. Was kann beim Abhängen? Kritik, die hängen an der falschen Stelle. Natürlich. Da kann ich viel mit anfangen. Die Leute, die bereit sind, selber was zu tun und nicht nur rumzunörgeln, an denen wird natürlich auch rumgenörgelt. Die können es doch nicht. Siehst du doch, deine Plakate hängen verkehrt. Oder wir erzählen hier Unsinn, den keiner braucht. So einfach ist das. Ja, ja, guck nicht so entsetzt. Ich bin nicht mehr entsetzt und auch nicht entgeistert. Es nervt mich halt nur noch. Wenn Matthias Miersch meint, dass die Sozen vor Ort was tun könnten, ja, dann müssen sie aber auch Strategien entwickeln, wie diese Sozen dann ins Arbeiten kommen. Sie müssen überzeugt werden, dass das was nützt. Genau. Wir zwei beide, wir waren bei Kevin Kühner, wir waren bei Katharina Barley, wir waren bei Alexander, sein Generalsekretär, Schweizer sein, also war das Malu Dreyer vorher noch. Wir waren überall und haben Konzepte vorgestellt, wie man so etwas machen kann. Und wenn du da vor Ort drüber redest, erntest du nur, oh. Ja, es ist zu viel, nicht nur zu liken, sondern mal einen Klick zu machen, um zu teilen. Das schaffen die wenigsten. Das sind zwei unterschiedliche Klicks. Muss man halt mal machen, kriegen die nicht hin. Das sind Inhalte von anderen, Inhalte von anderen bei mir auf meiner Seite. Das ist doch gar nichts. Die Seite ist leer, ja. Ja, nicht nur die zwei Obers. Rudi, ich glaube, wir machen heute mal die Klappe zu, oder? Ja, ja, jetzt haben wir genug genörgelt über die eigenen, in den eigenen Laden wieder. Wir dürfen bald nicht mehr senden innerhalb der SPD. Genau. Haben diese Populisten dann doch recht, dass man nicht mehr alles sagen darf in diesem Lande? Naja, kommt ja nicht so. Abonnieren nicht vergessen, ne? Ja.